Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu dem wichtigsten Update, was F1 Manager 23 demnächst oder zeitnah raushauen wird. Leute, ich habe euch ja davon erzählt, dass der Patch im September wiederum kommen soll, dass man das Team hier wechseln kann. Und ich habe gute Nachrichten für euch, das kommt schon im August mit dem nächsten Patch 1.6. Eins vorweg, das genaue Datum steht noch nicht fest, aber es kommt im August. Ich meine, wir haben ja im Prinzip nur noch zwei Wochen und es kommt für alle Plattformen. Megageil, aber eins nach dem anderen. Also, ich lese euch mal vor, was die Kollegen hier haben. Also, hallo Leute. Nach unserem ersten Under-Investigation-Beitrag letzte Woche, ich hatte darüber berichtet, Leute, in dem wir uns mit einigen der von der Community angesprochenen Probleme befassen, mit denen sich unser Team befasst, können wir nun bestätigen, dass folgendes in unserem ersten bedeutenden Update des Spiels behoben wird. Dass Ende August, ne, genaues Datum wird auch bekannt gegeben, für alle Plattformen erscheinen wird. Darüber hinaus freuen wir uns, bestätigen zu können, dass der Teamwechsel auch im kommenden Update enthalten sein wird. Leute, also Patch 1.6 kommt zeitnah und wird uns wegscheppern. Geil. Also, endlich ein großes, fettes Update. Respekt an Frontier an der Stelle. Also, wir gehen rein. Änderungen 1.6. Team-Wechselfunktion hinzugefügt. Erweitern Sie Ihr Vermächtnis im gesamten Fahrradag, indem Sie sich am Ende einer Saison dafür entscheiden, ein neues Team zu leiten. Okay. Damit schon mal eine neue Version. Am Ende der Saison können wir uns für ein neues Team entscheiden. Sieht wohl nicht daran aus, dass wir es mitten in der Season oder sowas machen können. Aber schon mal sehr, sehr nice. Bei einigen Teams, und das hatten wir ja schon besprochen, sind die Ziele, die man hat, gerade für mich als Manager von Mercedes, da wurde was angepasst. Und das können wir hier sehen. Bei einigen Teams wurde die Saisonziele angepasst, um sie besser an die anderen Teams anzupassen. Nur neue Paraden. Also, ich glaube, das wird ein bisschen falsch übersetzt. Das bedeutet also, wenn man eine neue Karriere startet. Dementsprechend soll man nicht mehr Zweiter werden bei Mercedes, sondern Dritter. Das ist sehr gut zu erreichen, Leute. Und, wie gesagt, Ziel der KWM muss man nicht in der nächsten Saison, also in der zweiten, sondern erst in der dritten. Das ist durchaus realistisch. Alfa Romeo muss man nicht mehr Siebter werden, sondern Achter. Das ist auch deutlich besser, wenn man überlegt, dass Alfa Romeo das schlechteste Auto halt eben im Grid ist. Und Alfa Tauri auch, wie gesagt, nicht mehr Siebter, sondern Achter. Perfekt. Was auch sehr gut ist, sehr, sehr gut, Leute, gerade für die Beginner, Anfänger. Dazu zähle ich mich halt eben auch. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Automatikmus im Qualifying die Fahrerbefehle nicht optimal nutzte. Ich hatte das ja erzählt, dass wenn man alles auf Automatik macht, also man selber nichts steuert in der Quali, dann ist es nicht so ganz optimal, wie der Patcher schon sagt. Das wurde behoben. Also nicht nur, dass wir Teamwechsel machen können. Wir haben verbesserte Ziele, Mercedes, Alfa Romeo, Tauri und das hier halt, wie gesagt, sehr, sehr geil. Super, super, super wichtige Punkte. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Einstellungen des Fokusreglers nicht die erwarteten Ergebnisse für die Forschungsprojekte für Autoteile lieferten. Hatte ich auch schon im Stream gesagt, wichtig, dass sie es geändert haben. Ein Problem wurde behoben, bei dem KI-Teams nach dem Speichern während der Sitzung nur eine Reifenmischung verwendeten. Yo, das war bei mir zwar selber nicht der Fall, habe aber viele in der Community erlebt, die gesagt haben, Mensch Marcel, die sind hier gerade gelb, gelb durchgefahren. Das kann doch nicht angehen. Ja, das wurde gefixt. Leute, ohne Scheiß, das macht richtig, richtig Bock. Ob wir denn nochmal neu anfangen im Allgemeinen, also gerade wegen den Saison-Zielen, müssen wir mal gucken, wie unsere Season jetzt verläuft. Wir sind ja jetzt, wie gesagt, in Australien und vielleicht kriegen wir sogar noch eine Season durch, bis der Patch kommt. Müssen wir mal schauen, wenn ich das hier oben nochmal sehe, weil das ist ja, wie gesagt, nur bei neuen Zielen. Das müsste ja, wie gesagt, jetzt sofort passen. Und natürlich die Breitbild-Sache wurde gelöst. Auch das ist wichtig. Ich selber habe da zwar keinen Vorteil von, ich habe keinen Widescreen oder Ultrascreen oder wie auch immer. Wichtig aber, dass es passt. Und auch hier nochmal, die folgenden Themen werden weiterhin untersucht. Balance des Einflusses der Scripts auf Rundenzeiten. Da hat man ja auch nochmal gesehen, dass es ganz oft vorkam, dass wenn man am Anfang rausgefahren ist oder vielleicht auch auf Gebrauchten rausgefahren ist, hatte man bessere Rundenzeiten, als wenn man am Ende der Session rausfährt auf neuen. Das sind sie noch am Testen. Wir hatten das auch im letzten Stream, dass wir halt unfaire Strafen bekommen haben. Uns ist jemand reingefahren. Wir haben eine Strafe gekriegt. Macht überhaupt keinen Sinn. Da sind sie halt, wie gesagt, noch bei. Kann ich mir auch vorstellen, dass es von der Programmierung her auch gar nicht so einfach ist. Und Problem mit Autos, die mit statischen Autos auf der Strecke kollidierten. Da parkt ein Auto und unser Auto fährt rein. Weiß ich nicht, was das soll. Und natürlich neu, das ist neu hinzugekommen, also das wurde frisch gemeldet, Ausgewogenheit der Taktik, vermeiden Sie Randsteine mit hohem Risiko. Auch da gab es einen kleinen, ja, Fehler. Man war doch, ja, irgendwie künstlich schnell, sag ich mal. Das war nicht ganz so im Verhältnis. Also da muss halt eben mehr passen. Let's go. Ne, und die folgenden Punkte werden wie beabsichtigt gelöst. Balance beim Rennstart. Unsere Untersuchung des Rennverhaltens besteht, dass die KI in, was, in härteren Vorteilen gegenüber dem Spiel, genau. Also die KI ist schneller gewesen beim Rennstart als wir, ne, und hat sich nur einen Vorteil verschaffen können. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, also das, das haut halt eben wirklich nicht hin. Die Spieler können daran arbeiten, dem entgegenzuwirken, indem sie ihre Fahroption vor Beginn des Rennens einstellen. Ja, gut. Also ihr könnt, wie gesagt, am Anfang einstellen, volle Brülle pushen. Denen konnte man so ein bisschen entgegenwirken. Das ist nicht Sinn der Sache. Also da muss man natürlich, wie gesagt, ein bisschen schauen. Weiter könnt ihr natürlich immer ein Ticket schreiben, wenn ihr selber nochmal einen Fehler entdeckt. Aber, Leute, ich bin auf jeden Fall richtig, richtig krass gehypt. 1.6 kommt früher als erhofft. Wie gesagt, das mit dem Teamwechsel sollte erst im September kommen. Und das hätte auch Ende September sein können. Das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Jetzt wissen wir auch genau Bescheid, dass es nur am Ende der Saison halt eben möglich ist, ein Team zu wechseln. Nicht mittendrin oder sowas, wenn man rausgeschmissen wird zum Beispiel. Und man müsste halt, wie gesagt, einen neuen Spielstand anfangen, wenn man mit AlphaTauri, AlphaRomeo oder mit Mercedes unterwegs ist, damit man eine bessere Chance hat, halt eben nicht gekündigt zu werden. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. In dem Sinne, Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten. Schaut gerne im Livestream vorbei. Wir sind, wie gesagt, mit Mercedes unterwegs und müssen jetzt 2024 gewinnen, weil der Patch ist ja noch nicht da. Ich habe nicht forschen können, ich habe nicht entwickeln können. Es wird sehr, sehr schwierig, aber ich nehme die Herausforderung an. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Und damit das funktionieren kann, gerne abonnieren, Glocke aktivieren, vielleicht auch das Video sogar kommentieren, wenn ihr sagt, Mensch Marcel, das und das fehlt mir noch. Ich habe selber noch mal einen Bug getestet. Das gerne kommentieren. Oder halt, wie gesagt, auch auf Twitch vorbeischauen. In dem Sinne, vielen Dank, dicken Kuss und bis zum nächsten Mal. Euer Marcel. Bye, bye.